Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge zählen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm und ich kreise jahrtausendelang und ich weiß es noch nicht, bin ich ein Falk, ein Sturm oder ein großer Gesang? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020